Ja, das erste Semester war schon nicht leicht. So hier ganz neu, man kannte halt noch kaum jemanden. Uni neu, Stadt komplett neu, man kannte sich hier nicht aus. Es gibt ja nicht so den Moment, klick, jetzt ist alles plötzlich Studentenleben und du bist Erwachsener. Ja, da waren quasi alle Studenten so. Nur hängen, nur essen, zwischendurch Sex. Mal ein bisschen in fremde Kulturen reinschnuppern, vielleicht auch mal ein Auslandssemester machen. Aber ja, hauptsächlich Essen und Sex. In der anderen Stadt wusste ich nicht, wie einer meiner Nachbarn hieß, die waren mir alle völlig unbekannt. Hier in Oldenburg ist das anders. Und deswegen ist es so, man sieht immer ein bekanntes Gesicht und man fühlt sich ein bisschen mehr doch schon geborgen. Ich mag meine Freunde, die ich hier gefunden habe, sehr, sehr gerne. Auf die kann ich mich halt verlassen, so wie ich mich zu Hause auf meine Familie verlassen konnte. Es gibt halt einfach kein perfektes Leben. Es gibt keinen perfekten Tischten, weil irgendwas läuft immer quer. Und sonst, ich lasse es echt einfach auf mich zukommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020